Danke schön. Habe ich extra lange wachsen lassen schon. Ja, ziemlich erfolgreich. Wir haben drei Spiele gehabt. Zwei davon geworden. Eins unglücklich verloren. Und ja, jetzt machen wir uns halt ready für Dezember, denn da steht die WM an. Zum Glück nicht. Ich habe viel mit denen hier zu tun und ich konnte mit meinen anderen Jungs in das Zimmer. Ja, nach den Nationalspielen konnte ich dann für zwei Tage nochmal nach Hause. Hab die Zeit da genossen. Auf jeden Fall ist ein Top-Team. Ich denke, wir sind gut vorbereitet, haben gut viel Energie mitgenommen aus der Pause und ich denke, es wird ein gutes Spiel. Die Löwen Frankfurt rocken die Liga.